Hallo und herzlich willkommen bei Nacktmull TV. Ich bin's, euer Manni und wir spielen... Wir spielen Sandsboro 3. Ihr habt's angeklickt, ihr wisst es und... Wir sind wieder in dieser blöden Bruchbude hier. Ja, Bruchbude, aber hier steht ein PC, was läuft denn da drauf? Aua. Ein Interview. Okay. Dann würde ich... Nein. Oh, warte mal. Garage. Peacemaker in fuego, justice. Nein. Kompensator? Was ist denn eine Kompensator? Achso. Achso. Kajak? So nah. Kommt, wir nehmen den. So. Mach auf das Ding. Hat der mir jetzt gerade die Seite verkratzt? Der hat mir die Seite verkratzt. Aufträge. Wir machen... Dreikampf. Rummelt im Arsch. Und zack. Nope. Yep. Oh, hey. They come to the crib. We got something important to talk about. Da, 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 da. Da, 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 bam. Glück. Hm. Weiter, stop. Hier kann ich doch was kaufen. Dann kann... El Chewbacca Braccasino. Für was demonstriert er hier nochmals? Shawnee ist... Moment. Ja, okay. Bam, da, da, bam. Und da, zack. Und da, hier und hier und... Da, da. Jetzt fährt ihr mal in die Kiste. Warum haben die normalen Cops denn bitte Lasergewehre? Motherfucker. War die Tür zu? Die hört zu. Warte mal. Yeah. Bam. Okay, war jetzt nicht so hip, aber... Okay, jetzt hier links und da lang und... Jetzt ist doch noch mein Kofferraum auf. Nee, ist klar. Bitte? Warum schießen... Achso. Die schießen alle auf mich, weil ich da gerade mit den Granaten und mit dem... Mit dem Penetrator, ne? Deswegen schießen sie alle auf mich. Achso. Ich halte die Klappe. Was ist da? Hör back von Legally. Studio wants you to do a screen test for Gangsters in space. Was ist da? Wie ist da? Hm? Hm? Haben die gerade einen Jet in mein Penthouse geschmissen? Gott, dammit! Die haben einen Jet in mein Penthouse geschmissen. Achso, was ich sagen wollte, bevor ich unterbrochen wurde durch das Video. Gestern, der 25.8., war Gamescom-Tag. Ich war da. Das Video dazu ist online. Ihr könnt es sehen. Wo führt mich das Ding jetzt hier hin? Warum habe ich Oleg hinten drauf? Oleg! Hey, weg! Auf was zum Geier schießt der? Ich will es gar nicht wissen. Clean the area. Okay. Wir cleanen. Ja, wo muss ich noch cleanen? Na, den da. Ach, komm, wir nehmen das Lasergewehr. Hier ist genug Munition. Oh. Wir machen das Ganze anders. Wir räumen den Bereich jetzt anders. Stirb. ja den und hier unterwegs hatten die so viel aus hier wo sind hier noch eine wieso kann ich denn hier mit kein headshot machen was soll denn das ich kann hier mit kein headshot erschicken kein headshot erzielen und panzer wäre mir lieber scheiße get it in schlägertyp fertig gemacht da war noch einer warum hat er die gettling jetzt ich finde ich scheiße mucke fuck ey mein herrn ne funktioniert super ich bin total entspannt ich bin die russer ruhe selbst verdammt ja überall kämpfe schön gib mir meine hier da ich habe mir auch noch verfahren so hier rum wisst ihr wo ist eigentlich anton wenn man ihn mal braucht das wäre jetzt sowas richtig schönes für zwei leute gewesen aber nein jetzt ist er natürlich nicht da so jetzt sagen wir aber fahren jetzt erstmal ein paar leute von denen hier jeder zum beispiel und die hier so und raus und action was kann die knade achso nix das war doof den wollte ich da gar nicht den wollte ich da und den hier auch noch hallo kühl bitte ab ähm ich kann doch warte mal konnte ich denn die leute anrufen hier ich konnte doch leute anrufen ne ähm telefon und zwar holen wir einen hubschrauber hell yeah let's go ja weh der kommt jetzt nicht mit dem kampfhelich an ok das ist zumindest ein heli muss er jetzt hin und 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 Wir schießen hier mit den Galaten. Die bringen aber irgendwie nix. Ach, Pierce, warum bist du jetzt wieder tot? Ach, komm, hier, komm, zack, ich nehme das da. So. Ähm, ich muss jetzt mal eben hier so ein bisschen Energie tanken. Komm runter mit deinem Pisseli. Ja, ne, pop off. Wow. Au. Ach, Pierce ist schon wieder tot. Steh auf. Okay, nehmen wir jetzt erstmal den hier. Geh, 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 geh. So, fein. So, jetzt krieg ich noch hier von der Gatling. Deckung. Lauf. Ja, ne, das geht wieder. Das geht doch wieder in die Hose. So. Jetzt muss ich wieder woanders hin. Und jetzt weg hier. Ach, danke. Im Kombi. Sieht aus wie ein Chrysler, oder? Auf jeden Fall fett. Nein, ihr habt doch geschissen. Schön drumherum fahren. Schön sanig. Ähm, ja, wie gesagt, Gamescom-Videos online. Schaut es euch an, bewertet es. Und, äh, über Feedback freue ich mich immer. Ihr dürft euch hier gerne kommentieren, bewerten, liken, favorisieren, was nicht immer. Topfer hat da irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, was der da immer sagt. Ich höre ihm so selten zu, wisst ihr. Aber das weiß er auch. Ähm, Zombie-Gebiet hier, ne? Ja. Definitiv Zombie-Gebiet. Dann sind wir da raus hier. Wow. Kabam. Es wird kein Auto mitmachen. Keines. So. Ich kann damit sicher viele Leute anrufen, ne? Telefon. Space-Plutina. Jenny. Spart dir Geld und rettet dir den Hintern. Zombie-Horde. So, schauen wir mal. Was jetzt hier bei den Zombie-Horden rumkommt. Okay. Sind sie mit dem Bus gekommen? Die sind mit dem Bus gekommen. Oh, 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 oh. So. 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 Da ist immer noch ein Stack drin. Bis zum nächsten Mal.